Strafverteidigung wegen Steuerhinterziehung Guten Tag, ich bin Rechtsanwalt Kian Fathie. Im Video heute berichte ich Ihnen über eine professionelle Strafverteidigung im Hinblick auf den Tatvorwurf Steuerhinterziehung. Meine Kanzlei befindet sich in zentraler Lage der Universitätsstadt Heidelberg nahe des Heidelberger Adenauerplatzes und des Heidelberger Bismarckplatzes. Bei dem Bismarckplatz handelt es sich um einen der zentralen Verkehrsknotenpunkte der Universitätsstadt Heidelberg. Meine Kanzlei ist unter anderem über die Autobahn aus Stuttgart, Mannheim und Karlsruhe gut zu erreichen. Ich bin Mitglied der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V., der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft e.V., der Deutschen Vereinigung für Internationales Steuerrecht, des Vereins Deutsches Strafverteidiger e.V., der Vereinigung Baden-Württembergischer Strafverteidiger e.V., der Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im Deutschen Anwaltsverein und der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins. Der Gesetzgeber hat für den Straftatbestand der Steuerhinterziehung einen Strafrahmen von bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe vorgesehen. Sobald Ihnen eröffnet worden ist, dass gegen Sie wegen Steuernerziehung strafrechtlich ermittelt wird, sollten Sie schnell einen Strafverteidiger kontaktieren und sich dort anwaltlich beraten lassen. Bis eine fachkundige und professionelle anwaltliche Rechtsberatung stattgefunden hat, sollten Beschuldigte in einem Steuerstrafverfahren wegen Steuernerziehung die Aussage verweigern. Beschuldigte haben im Strafverfahren ein Aussageverweigerungsrecht. Nicht ratsam wäre es, wenn ausschließlich ein Steuerberater die Strafverteidigung im Steuerstrafverfahren übernehmen würde, wenn ihn eröffnet worden ist, dass gegen Sie wegen Steuernerziehung strafrechtlich ermittelt wird. Denn wenn die Finanzbehörde einen Strafverfehl beantragt hat, kann ein Steuerberater ohne Genehmigung des Gerichts alleine nicht mehr die Verteidigung vornehmen. Sofern nicht bereits zu Beginn des Strafverfahrens wegen Steuernerziehung ein anwaltlicher Verteidiger die Strafverteidigung zumindest mit übernommen hat, kann so zu einem ungünstigen Zeitpunkt eine Veränderung in der Verteidigerstruktur notwendig werden. Dies gilt es zu vermeiden. Darüber hinaus sind Steuerberater bei primär, also hauptsächlich strafrechtlichen Themen im Steuerstrafverfahren nicht selten überfordert. Strafrechtliche Themen sind zum Beispiel Versuch, Vorsatz, Irrtum und Teilnahme. Der Straftatbestand der Steuerhinterziehung setzt zumindest bedingten Tatvorsatz, also einen sogenannten dolus eventualis, voraus. Für den Strafverteidiger gibt es in dem Straf- und Ermittlungsverfahren wegen Steuerhinterziehung viele Möglichkeiten, Einfluss auf das Strafverfahren zugunsten seines Mandanten zu nehmen. Bei einer Strafverteidigung wegen Steuerhinterziehung ist jedoch ein spezielles Wissen zunächst einmal im materiellen Steuerstrafrecht erforderlich. Darüber hinaus ist auch ein spezielles Wissen im Steuerstrafverfahrensrecht erforderlich, welches Unterschiede zum allgemeinen Strafprozess aufweist. Der Strafverteidiger wird in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung meist unverzüglich nach seiner Mandatierung Akteneinsicht beantragen. Erst nach erfolgter Akteneinsicht wird der Strafverteidiger in einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung regelmäßig erst entscheiden, ob überhaupt eine Einlassung durch seinen Mandanten in der Sache erfolgen wird. In vielen Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung ist jedoch eine Einlassung in der Sache sinnvoll und angezeigt. Diese Einlassung sollte jedoch niemals ohne vorherige anwaltliche Rechtsberatung erfolgen. Ich habe in verschiedenen Bundesländern in Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung verteidigt. Ich war einmal im Zweiten Deutschen Fernsehen, also dem ZDF und dreimal im SWR Fernsehen als Rechtsanwalt zu dem steuerstrafrechtlichen Thema strafverfreiende Selbstanzeigen zu sehen. Zu diesem Thema bin ich auch von dem Manager-Magazin Online und der Zeit Online interviewt worden. Aufgrund dieser Interviews wurde ich auch von diesen Medien zitiert. Über die verschiedenen Mitarbeiterinnen des Sekretariats der Kanzlei kann unter der unten ersichtlichen Rufnummer Kontakt zu meiner Kanzlei zwecks der Vereinbarung eines Termins zur Rechtsberatung aufgenommen werden. Leider ist es mir jedoch aus Zeitgründen nicht möglich, jedes Mandat anzunehmen, welches mir angeboten wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.